Grüß Gott, liebe Zuschauer. Heute, ich habe für euch eine Zusammenfassung unserer Tipps gegen den Slice. Zuerst habe ich gesprochen von Griffdruck. Der erste, wir sollten den Schläger nicht so fest greifen. Punkt 1. Das zweite Punkt, das wir gesprochen haben, betrifft den Griff. Wir haben gesehen, dass der linke Handgriff, wann richtig genommen wird, sollte für mich möglich sein, etwas der Rückhand zu sehen. Und die rechte Hand sollte auch in die gleiche Richtung zeigen. Und unser letzter Tipp gegen den Slice war die handgelinke Position in der Position hier at the top of the swing. Der linke Rückhand sollte schön flach sein und nicht abgewinkelt. Das waren unsere drei Tipps gegen den Slice. Ich hoffe, dass Sie viel trainieren können und dass die Slice endlich einmal wegbringen können. Bis zum nächsten Mal.